So, ich höre einen Huhn ganz woanders. Ich weiß noch nicht wo. Komm! Na komm! Da macht man sich echt Sorgen. Was machst du denn hier? Sag mal, geht es dir gut? Anna! Alter Schwede! Also die macht ein Wütteln. Komm mal raus da! Komm mal raus! Aber schnell! Komm raus! Das ist das Edelgehege. Was machst du denn da drin? Alter Schwede! Komm Anna! Komm raus! Das gibt es nicht, echt nicht. Anna! Komm! Komm raus! Komm! Komm mit! So, nur komm! Ich weiß nicht, was du da schon wieder machst. Komm! Ich weiß gar nicht, wie du da hinkommst. Ja, da geh! Da geh! Und mach voran! Geh mal wieder rein da! Ich glaub's dir wohl. Die anderen rufen dich und suchen dich. Ich denk, wo du bist. Ja, Timmy freut sich auch schon. Frag dich, wie du hier immer wieder rauskommst. So, Timmy, geh mal beiseite. So, ist die Anna wieder da, ne? Wer weiß, wo die war? Ja, ich weiß auch nicht, wo die war, Timmy. Alle anderen sind hier. Was erzählt die Anna da? Alte Nuss. Was! Was Color da ist.